R2 wäre schießen gewesen. Ich habe da glaube ich R1 gedrückt, deswegen kam die Rauchbombe. Ja. Okay, beim nächsten. Oh, da ist schon wieder ein Dieb. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Achso, Ramm, 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 Ramm. So. Mal den Dieb hier. So. Ey, hast du gerade den Typen gekillt, was soll denn das? Hat der den auch noch? Kann ja wohl nicht wahr sein. Ihr Mistkerle. Mann, 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 Mann. Also in Paris möchte ich auch nicht leben zu dieser Zeit, also... So, erstmal heilen. Ach, jetzt sind hier noch so welche. Mach' mal ab hier. Den will ich mich eigentlich nicht anlegen. Oh, hier ist ein Friedhof. Und da rauf. Und runter. 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 Nein, runter. Die finden uns ja nicht mehr. So, ich glaube, hier ist dieses, was ich eben auf der Karte mal gesehen habe. Die ist Artefakt oder so, ne? Moment, mal hier mal gucken. Ah, der Fakt. So, äh, müssen wir wahrscheinlich irgendwie da rauf, ne? So. Ah, da ist eine offene Tür. Oh. Guten Tag. Die Dame. Ich hoffe, ich störe nicht. Ich suche nur nach einem Artefakt. Das sich aber anscheinend nicht hier befindet. Außer du bist das Artefakt. Aber das glaube ich nicht. So. Dann geht's hier nach oben. So hier rein? Ne, das ist dasselbe. Darauf. So. Komm, rauf. Wo finden wir jetzt dieses Artefakt? Hm. Ne, hier nicht. Tja. Hier unten drunter? Ne. Wahrscheinlich irgendwie auf der anderen Seite würde ich jetzt mal so vermuten. Ist irgendwie so ein Lebensbalk noch. Ah ja, hier geht's runter. Wurde gesagt, rein. Oh. Krass. Was geht denn hier? Ah, das ist das Artefakt. Aber schon heftig da so. Das ganze Blut. Alles durcheinander. Hm. Was da wohl passiert ist. Was? Ähm. Ich muss da lang. Kann ich irgendwas für euch tun? Was sagt ihr da? Ihr müsst euch beruhigen. Ihr werft hier mit ungeheuren Anschuld... Oh. Äh. Jetzt haben wir die blauen doch mal die roten gekillt. Was? 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 Ja, ja. 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 So, weg mit dem. Und dann weg mit dem. Wir kämpfen den gleichen Kampf, mein Bruder. Tja, das kann gut sein. Was soll das alles? Bisschen Medizin. Das kann man immer gebrauchen. Was hast du denn? Oh, der hat eben den eigenen Typen gekillt. Oh. Oh. Lass mich mal hier durch, Leute. Oh. Oh. Wo kommen die denn her? Fliegen von oben runter, die Typen hier. Hä? Oh. Lass mich durch, lass mich durch, lass mich durch. Ich hab's ein bisschen eilig gerade. Hä? Da ist irgendwas? Waffen von Notre Dame. Hm. Ne, jetzt gerade nicht. Ich will jetzt mal die eine Quest da machen. Mit den Büchern. Wenn ich hier mal durchkomme. Die Boote töten. Was für eine Freude euch heute hier zu treffen. Doch. Oh. Verdammt. Wer wusste ich denn, dass da noch mehr sind? Hab ich nicht gesehen. So. Ach, da ist schon wieder einer. Geschossen. Ne, wir müssen die 10 nehmen. Zack. Hat er, sei ja. Und zack. Dann plündern wir die auch noch schnell. Wenn wir sie schon gekillt haben. Wir können ja nicht das ganze Gate hier liegen lassen. Hab wieder einen übergelassen. Der alles erzählen kann. So. Hochbomben waren wir auch wieder. Ah, da ist hier noch einer. Ja. Ich werde so tun, als sei das nicht passiert. Ihr seid ein Glückspilz. Lasst mich das nicht bereuen. Jo, ich hau ab. Ne, da bin ich nicht lang. Wo bin ich da rein? Ne, ich muss nur dahin schauen. Ja. Lass mich mal durch, Leute. Jo, was haben wir da? Ach, verdammt. Den hab ich auch nicht gesehen. Ich hab den da vorne gesehen. Ich hab den da vorne gesehen. Aber ich hab gedacht, dass da drei, also das ist der, der das hier nicht sieht. Komm, ich will den nur plündern. Will die ja gar nicht alle killen hier. So. Den können wir plündern. Und den auch. Die lernen bestimmt alle aus ihren Fehlern. So. Tut mir leid, ich brauche halt die Knete. Ne, mein Kaffee ist teuer zu betreiben. Kann ich es jetzt aber mal versuchen? Ne. Hier. Zack. Und dann. Er hat zwei. Der ist tot umgefallen. Warum? Ja, guck mal schön dahin, ne? Ja. Ja, was denn? Oh. Schon wieder irgendeiner gestorben. Hm. Komisch. Ja, warum liegen die nicht hier? Na, dann können wir die auch ausplündern, ne? Wenn die schon hier rumliegen. Die wollen es eh nicht mehr. Das ist schon irgendwie komisch. Ich hätte ja nicht gedacht. Ich meine, zur Zeit einer französischen Revolution war es ja viele arme Schlucker. Dass dann auch irgendjemand hier kommt und die direkt plündert, wenn die schon hier so doof rumliegen. Ihr seid hier. Ich wusste, dass mir jemand zur Hilfe kommt. Äh, läuft bereits eine Mission? Ne. Ne, 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 ne. Das sei jetzt gar nicht erst mal so. Ne, der Runde Punkt, da würde ich doch hin. Aber, das werde ich mir schon auch noch machen. Also irgendwie macht es halt richtig viel Spaß, hier einfach so durch Paris zu laufen und so die ganzen Quests hier so nacheinander anzunehmen. Diese Nebenmissionen immer auf und zu mal so ein Typi da abmurksen. Wir müssen die Stadt ja mal hier aufräumen, ne. Also, können wir ja nicht alle hier einfach so lassen. Auch wenn die wahrscheinlich die ganze Zeit wieder respawnen. Ne, das wollte ich jetzt nicht. Da ist auch wieder irgendeiner. Ja, ja. Oh, bin ich jetzt schon rot. Hey, was soll das? Ich hab euch doch nur eure Arbeit abgenommen hier. Und... So. Du, lässt das sein. Okay, du machst sowieso nicht mehr. Da stand doch, ich soll den Verbrecher töten. Hab ich doch nur das gemacht, was die mir hier sagen. So. Du hast jetzt auch erst mal Sense. Wenn ich schon deine Arbeit hier mache. Ich verliere bis zu frieren. Ich muss doch die ganzen Waffen von denen einsam nochmal verticken. Damit müsste ich Geld machen. Kann ich eigentlich sehen, wie viel Geld ich habe? So. So, erstmal wieder weiter. Das ist ja nicht diese blaue Tour. Weil hier bin ich ja eben einmal gespawnt. Das ist ja irgendeine... Ach, hier ist die Tour da. Was war denn da drin? Hier, 250 Franc. Hätte ich mal vorher reingucken sollen. So, junge Leute, lass mich durch. Ja, da ist unser Kontakt. Mit der guten Frau müssen wir sprechen. Jo. Gut, dass ihr hier seid. Sie haben den Großteil von Monsieur de Champs' Bibliothek verbrannt. Bitte, rettet, was ihr könnt. Jo. Nun, das ist so. Okay, tun wir. Ups. Da. Ich sehe da irgendwas rot. Irgendein Arsch. Ach, verdammt. War wieder falsche Taste. Ach so. Hab den gar nicht gekillt. Ich dachte, ich hätte ihn gekillt. Oh, da kommen noch mehr. Schnell heilen. Uah. Das ist auch besser gemacht als in Assassin's Creed 3 mit den Hallen. Uah, ich sehe nichts. Kamera drehen. Uah. So, da ist den doch noch. Verdammt. Wieder heilen. Hehe. Hättest du gedacht, ne? Ah. Ah. Sollte ausweichen. Sollte ich mich nicht wieder heilen. Ah, jetzt hört doch mal auf damit. So, den weg. Da blocken. Und du machst das auch nicht mehr. Boah. Alter, der ist ja echt nicht gerade zimperlich hier, ne? So. Kerze. Kirschbomben. Feuerstein. Halt, die habe ich bei Assassin's Creed... Ach, ist das nicht da schon? Fuck, weil... Fein wir mal gebraucht. So Leute, ihr solltet euch echt einen neuen Job suchen. Ich glaube, der bekommt euch nicht so gut. So. So. Jetzt muss ich aber erstmal hier... Warte, da kann ich noch einen plüdern. Kommst du her. So. Das sollte ich einmal... holen. Da haben wir das. Dann noch die Bücher hier. Ja, komm schon. Ich glaube, der ist einer ganz schön am Schimpfen. Versteht zwar nicht, was er sagt, aber... Die Show. Da ist schon wieder ein Verbrecher, den ich töten soll. Ach, die Blauen machen das schon. Warum soll ich mal deren Drecksarbeit hier übernehmen? Bleib so fast! Schon gut. Schon gut. Schon gut. Ach, so. Ich dachte, ich hätte ihn abgestochen. Jetzt habe ich ihn abgestochen. So. So. Wieder Medizin. Können wir mal wieder heilen. Das haben wir auch immer wieder schön mit ein. Das ist praktisch. Nochmal gründern. So. 10 Fr. Wieder eine Rauchbombe. Tja. Ich glaube, ich muss da vorne hin. Was macht die denn da? Die wächelt sich. Die wächelt sich angezogen. Und mitten auf der Straße. Soja. Ist echt keine besondere Zeit hier so zum Leben. Jetzt zum Spielen ist das cool. Hey Leute, keine Angst. Jetzt hab ich mir grad ein bisschen eilig. Aber jetzt aber. Da. Verdammt. Mann, ich mach schon wieder nur euren Job. Mann, ich mach schon wieder nur euren Job. Ah, jetzt hört doch mal auf damit. So. Jetzt. Hört ihr auf. Wer? Du, du, du jetzt am Boden liegst. Munition voll. Ich glaub die, diese coolen Klingeln hier, die werde ich bei denen wahrscheinlich nie finden. So. Aufgabe abgeschlossen. Achso, ja. 500 Franken. Und wieder eine Erinnerung abgeschlossen. Läuft, würde ich sagen. Achso, fortfahren. Muss ich drücken. Schon grad gewundert, warum das hier... Ah, das ist glaub ich hier ein Dieb, den ich fangen muss. Stollen! Stollen! Wo ist die Gauder? Das ist doch... Ja. Das ist doch wohl nicht wahr. Hast du vollkommen recht. Oh. Bisschen gestolpert. Bumm. Hab dich. Was ist denn die... Ist das hier Pferdekacke oder Kürbisse? Jo. Haben wir mal das auch. Wo bin ich denn? Achso, das bin ja ich. Die haben wir... Alte Botschaften? Ne. Was haben wir hier? Wir haben ein Training. Hier haben wir noch so eine... Achso, die Waffen von Notre Dame. Wo war denn die alte... Frau? Hm. Keine Ahnung. Unsere Hauptmission ist... Weiß ich auch nicht. Da! Oh! Da müssen wir... Erstmal... Ein Stück in die Stadt. Ich würd sagen... Begebe ich mich... Hier hin. Den Aussichtspunkt. Holen wir uns den. Nämlich alles auf dem Weg zu den einzelnen Punkten, Missionen, wo ich hin muss. Habe ich schon auch vor, eigentlich alles freizuschalten. Hier haben wir einen Händler. Schauen wir mal, ob der unsere Klingen oder sowas hat. So. Verbrauchsgegenstände. Genau. Achso, ich muss erst mal X drücken. Giftgas? Nein. Betäubung? Nein. Nein. Na... Kettbrill. Lockt die... Ein Mensch mit... Achso, ne. Das brauche ich nicht. Munition habe ich voll. Medizin. Boah. Habe ich bisher nicht gut mit ausgekommen. Phantom Klingen. Die wollte ich auch. 400? Boah. Ganz schön teuer, ne. Ganz schön teuer hier. Soll ich mir vielleicht auch ein bisschen... Sparen. Und gucken, dass ich die auch so kille. Das ist ja bisher nicht wirklich schwer gewesen. So. Zack. Tja. Wenn der jetzt wüsste, ne. So. Das haben wir geschafft. Der sucht noch. Ja. Tja. Tja. Also das ist echt mal Assassin-like. Tja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020